Wie kann man im SAP das farbliche Layout ändern? Hierzu geht man auf dieses Icon, wählt Optionen aus und je nach Thema bekommt man Farben im System vorgegeben. Dieses Thema und das Enjoy-Thema sind hier zu empfehlen, denn hier gibt es bereits Farben, die man nehmen kann. Dann Farben im System, man wählt sich ein anderes Thema aus, in dem Fall etwas grünlich, übernehmen, OK und man hat die Farbe im System geändert.